Entwickeln Sie Beständigkeit Bringen wir die ersten drei Schritte nochmals kurz auf den Punkt. Sie haben eine Intention festgelegt, die klar zum Ausdruck bringt, weshalb Sie zu meditieren beginnen. Sie haben die grundlegende Meditationstechnik erlernt. Sie haben die wichtigen Hilfsmittel Achtsamkeit und Gewahrsein für sich entdeckt. Da sind Sie nun soweit, zu Hause regelmäßig einer Meditationspraxis nachgehen zu können. Für diesen Abschnitt des Weges lautet die Devise Beständigkeit. Was Sie brauchen Wollen Sie eine Meditationspraxis in Gang bringen und sicherstellen, dass Sie Ihre Intention tatsächlich verwirklichen können, benötigen Sie folgende Elemente. Gleichbleibende äußere Rahmenbedingungen Einen festen Zeitpunkt für die Meditation Ein bestimmtes Maß an Zeit Einen eigenen Rhythmus Meistern Sie diese vier Punkte, dann wird die Meditationspraxis nach und nach zu einem festen Bestandteil Ihres Lebens werden und eine tiefgreifende Wirkung auf Sie ausüben. In Schritt 4 erläutere ich Ihnen nun alle disziplinbezogenen Aspekte, die unbedingt mit dazugehören, will man eine Meditationspraxis tatsächlich in Gang bringen. Später werden wir diese Disziplinbezogenheit aber durch einen sanfteren Umgang mit uns selbst mildern. Ein gleichbleibendes Meditationsumfeld Stellen Sie sich vor, nach einem langen Arbeitstag kommen Sie erschöpft nach Hause. Aber da gibt es noch ein Problem. Sie haben keinen festen Platz zum Schlafen. Daher müssen Sie erst einmal Ihr Bett aufstellen. Sie müssen das Bettgestell zusammenbauen und die Bauteile miteinander verschrauben. Als nächstes müssen Sie den Lattenrost einlegen, die Matratze und das Bettlaken obendrauf packen und anschließend Bett- und Kopfkissen frisch beziehen. Klingt nach jeder Menge Arbeit für einen täglichen Vorgang, finden Sie nicht? So ähnlich sieht es bei vielen Menschen aus, wenn es darum geht, einen geeigneten Rahmen für die Meditationspraxis zu schaffen. Als Neuling schnappt man sich meist die Kissen, die auf der Couch liegen, schiebt den Fernseher aus der Ecke, legt dort die Kissen auf den Boden, lässt sich auf ihnen nieder und erwartet, dass man eine tolle Meditationssitzung haben wird. Man macht es sich, mit anderen Worten, unnötig schwer, aufs Meditationskissen zu kommen. Stellen Sie sich vor, stattdessen wachen Sie am Morgen auf, gleiten aus dem Bett und da gibt es in Ihrem Wohnzimmer eine kleine Ecke, in der bereits alles zum Meditieren vorbereitet ist. Das lädt gleich zum Praktizieren ein. Sie brauchen sich nur noch für ein Weilchen hinzusetzen und sich an Ihrer Meditation zu erfreuen. Klingt das nicht gleich viel besser? Das ist das Schöne daran, wenn Sie für Ihre Meditationspraxis einen festen Platz haben. Bei Sakyong Mifam Rinpoche heißt es dazu, unsere Umwelt kann uns bei allem, was wir tun, unterstützen oder gegen uns arbeiten. Alles in unserem Umfeld, Nahrung, Kleidung, Orte, unser Tagesrhythmus, das Mitgefühl oder der Neid anderer beeinflusst uns. Wollen Sie eine Meditationspraxis in den Alltag integrieren, dann sollten Sie Rahmenbedingungen schaffen, die förderlich für Sie sind. Nehmen Sie sich heute einen Moment Zeit, um sich Ihr Zuhause anzuschauen. Ausgehend vom derzeit sich bietenden Anblick können Sie sich fragen, was, welche Neigungen und Tendenzen wird durch mein Umfeld unterstützt? Liegen da überall verstreut Kleidungsstücke? Stapelt sich im Spülbecken der Abwasch? Steht allenthalben irgendwelcher Schnickschnack herum? Wenn ja, so stellt das für die Kultivierung von Eigenschaften wie Wachheit und innerem Frieden wohl ein Hindernis dar. Ist Ihr Wohnumfeld reinlich, haben Sie hier und da ein kleines Kunstwerk aufgehängt oder aufgestellt und befindet sich all Ihr Hab und Gut an seinem gebührenden Platz, wird das für diese Eigenschaft wohl eher förderlich sein. Da ich in New York lebe, können die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, gewöhnlich nicht viel Platz erübrigen, um sich ein Meditationsumfeld zu schaffen. Angenommen, Sie leben in einem Haus und haben sich ohnehin die Frage gestellt, was Sie mit dem ungenutzten Schlafzimmer anfangen sollen, dann könnte ein separater Meditationsraum in Ordnung gehen. Falls Sie hingegen in einem kleinen Apartment wohnen, werden Sie vielleicht feststellen, dass Ihnen für diesen Zweck lediglich im Wohn- oder Schlafzimmer eine kleine Ecke zur Verfügung steht. Doch im einen wie im anderen Fall können Sie sich ein dauerhaftes Meditationsumfeld einrichten. Die Sitzgelegenheit Die Anschaffung eines Meditationskissens möchte ich, wenn es Ihnen ernst damit ist, eine regelmäßige Praxis in Gang zu bringen, unbedingt empfehlen. Der Erwartung, wo Sie meditieren werden, können Sie mit einem gut sichtbar darliegenden Meditationskissen leicht Ausdruck verleihen. Dann brauchen Sie sich nur noch hinzusetzen und schon können Sie loslegen. Oft sind diese Kissen in einem leuchtenden Farbton gehalten. So bleibt das Kissen, während Sie den Alltagsdingen nachgehen, stets ein Blickfang für Sie und erinnert Sie daran, dass Sie sich irgendwann zur Meditation hinsetzen wollen. Aber nicht jeder oder jede will gleich Geld in ein Meditationskissen investieren. Finde ich gut nachvollziehbar. Insofern können Sie auch Kissen aus dem Bett oder Couchkissen verwenden oder etwas anderes, das es Ihnen ermöglicht, leicht erhöht und bequem Ihre Meditationsposition einzunehmen. Oder Sie können auf einem Stuhl mit vier Beinen sitzen. Ein mit Rollen versehener Stuhl würde Sie unnötig ablenken und Ihre Füße ungefähr eine Hüftbreite weit voneinander entfernt fest auf den Boden stellen. Falls Sie einen Stuhl, Kopfkissen oder Couchkissen irgendwo herbeiholen, können Sie auf andere Weise für die Einrichtung eines festen Meditationsplatzes sorgen. Zum Beispiel könnten Sie in Ihrer Meditationsecke auf einem kleinen Hocker eine Buddha-Statue aufstellen. Die Statue kann Ihnen ebenfalls als Erinnerungshilfe dienen, dass Sie sich in diesen Bereich begeben wollen, um zu meditieren. Oder Sie können beispielsweise eine Kerze hinstellen, die Sie ansprechend finden und Sie für die Dauer Ihrer Meditationssitzungen anzünden. Wofür Sie sich auch entscheiden, auf jeden Fall kommt es darauf an, dass dieses Meditationsumfeld ständig vorhanden ist und Sie es als anziehend empfinden. So kostet es Sie keine große Mühe, Ihre tägliche Praxis zu starten. Ein fester Zeitpunkt Herauszufinden, ob es einen bestimmten Zeitpunkt am Tag gibt, an dem Sie regelmäßig meditieren können, ist ähnlich wichtig wie ein gleichbleibendes Meditationsumfeld. Wenn es darum geht, zu ermitteln, wann Sie meditieren möchten, bewegen Sie sich auf einem schmalen Grat, denn Sie wollen wach sein, aber nicht mitten in einem hektischen Tagesablauf voller Terminvorgaben stecken. Für manche Leute bedeutet das, Sie wachen morgens auf und setzen sich gleich an Ihren Meditationsplatz. Für andere heißt es, Sie gehen am Morgen erst einmal unter die Dusche oder trinken Ihren Kaffee und praktizieren danach. Jemand anderes findet morgens nie Zeit zu meditieren und tut es lieber gleich nach der Rückkehr aus der Schule oder von der Arbeit. Wieder andere machen es in der Mittagspause. Ein paar vom Glück begünstigte Menschen sind sogar in der Lage, kurz vor dem Schlafengehen zu meditieren, ohne im Verlauf der Sitzung einzuschlafen. Wenn Sie beginnen, regelmäßig zu meditieren, werfen Sie am besten einen Blick auf den Tagesablauf einer ganzen Woche, um zu sehen, ob Sie jeden Tag zu einem bestimmten Zeitpunkt meditieren können. In dieser Hinsicht eine bewusste Entscheidung zu treffen, ist hilfreich, damit Sie das Meditieren nicht beliebig hinausschieben und sich dann letztlich einreden, Sie hätten am betreffenden Tag nicht genügend Zeit gehabt, irgendwann eine Meditationssitzung einzulegen. Ein bestimmter Zeitaufwand Eine bestimmte Zeitspanne für die Meditation zu wählen und diese selbstgewählte Vorgabe dann auch einzuhalten, ist für jemanden, der erst neuerdings einer Meditationspraxis nachgeht, eine weitere hilfreiche Form von Beständigkeit. Im Allgemeinen empfehle ich, mit 10 Minuten täglich zu beginnen. Jeder oder jede von uns kann 10 Minuten am Tag erübrigen. Selbst wenn Sie schwer beschäftigt sind, Ihre Kinder viel Aufmerksamkeit erfordern und Ihr Chef so ein Idiot ist, der Sie permanent zu Hause anruft, können Sie trotzdem immer noch morgens oder abends 10 Minuten pro Tag abzwacken. Diese 10 Minuten ausfindig zu machen, das ist der knifflige Punkt. Sich generell an die 10-Minuten-Vorgabe zu halten, sollte allerdings nicht allzu schwer fallen. Wenn Sie sich mit der Intention hinsetzen, eine bestimmte Zeit lang zu meditieren, ändern Sie bitte nicht mittendrin Ihre Meinung. Das sollte aus meiner Sicht unbedingt vermieden werden. Manchmal mag es sein, dass Sie sich hinsetzen und Ihnen 10 Minuten wie eine Ewigkeit vorkommen. Sie werden sich Gedanken machen, ob vielleicht die Uhr kaputt gegangen ist. Dann werden Sie unter Umständen einen Blick auf den Wecker werfen, der Ihnen zeigt, dass gerade mal 3 Minuten vorüber sind. Und am liebsten würden Sie sich mit einem Satz vorzeitig von Ihrem Meditationssitz erheben. Tun Sie es nicht. Bleiben Sie die 10 Minuten lang sitzen. Am nächsten Tag verweilen Sie vielleicht aufmerksam beim Atem, der Wecker klingelt und Sie denken, ich glaube, ich habe noch Zeit für weitere 10 Minuten. Tun Sie auch das nicht. Sobald Sie damit anfangen, die Zeitspanne für die Meditation zu verändern, während Sie meditieren, geschieht zweierlei. A. dient Ihnen die Meditation als Quelle der Ablenkung von Ihrer Meditation. Und B. fangen Sie an, Ihre Meditationspraxis zu beurteilen. Tipp. Nicht urteilen. Beurteilen Sie niemals Ihre Meditationspraxis. Ihr Geist ist Ihr Geist. Punkt. Manchmal wird es Ihnen leicht fallen, beim Atem zu verweilen. Und Sie werden glauben, von Erleuchtung nur noch einige Zentimeter weit entfernt zu sein. Am nächsten Tag sind Sie über einen Arbeitskollegen total verärgert und können, wenn Sie sich zum Meditieren hinsetzen, an nichts anderes denken. Unsere Praxissitzungen sollten wir niemals mit dem Etikett gut oder schlecht versehen. Jedes Mal, wenn Sie sich auf dem Meditationssitz niederlassen, ist es eine gute Meditation. Ein fester Rhythmus In letzter Zeit sind zahlreiche Untersuchungen zu der Frage veröffentlicht worden, wie lange ein Mensch für die Gewohnheitsbildung braucht. Unlängst habe ich gelesen, um eine neue Gewohnheit zu kreieren, solle man elf Tage hintereinander ein und dieselbe Verrichtung ausführen. Dann registriert dieser Studie zufolge Ihr Gehirn, dass Sie etwas regelmäßig tun. Sofern ich das richtig verstehe, könnte man demnach elf Tage lang aufs Rauchen verzichten oder sich elf Tage hinweg ein kleines bisschen dem Schreiben widmen, schon wirken die neuen Dinge, denen man nachgeht, gewohnheitsbildend. Nach 21 Tagen hat sich die Gewohnheit gefestigt. Mit dem Meditieren habe ich in ziemlich jungen Jahren begonnen, als Elfjähriger beim Besuch von Wochenend-Retreats. Aber erst mit 17 habe ich angefangen, regelmäßig zu meditieren. Das ergab sich als direkte Konsequenz aus einem einmonatigen Meditations-Retreat, an dem ich in einem kleinen Kloster namens Gamble Abbey in Nova Scotia teilgenommen hatte. Für mich war das eine wahrhaft transformierend wirkende Erfahrung, und als ich das Kloster verließ, schwor ich mir regelmäßig weiter zu meditieren. Irgendwie fiel mir das leichter, als ich geglaubt hatte. Erst Jahre später wird mir klar, das hohe Maß an Beständigkeit, das mir damals zugute kam, als ich bei der Verankerung einer Praxis in meinem Leben einen eigenen Rhythmus zu finden begann, war eine direkte Konsequenz jenes Retreats. Vor diesem Hintergrund kann ich es kaum genug betonen. Gerade in der Zeit, in der Sie Ihre Meditationspraxis in Schwung bringen, kommt es ganz entscheidend darauf an, Ihren eigenen Rhythmus zu finden, indem Sie regelmäßig meditieren, Tag für Tag. Reservieren Sie sich, wenn Sie können, für den Start Ihrer regelmäßigen Meditationspraxis elf aufeinander folgende Tage. Schauen Sie, ob Ihnen das Meditieren nach dieser Anfangsphase stärker zur Gewohnheit wird. Wenn Sie zehn Minuten täglich meditieren, kommen Sie insgesamt auf 110 Minuten, nicht einmal zwei Stunden, die Sie aufwenden, um künftig ein Leben mit erhöhter Präsenz, mehr Liebenswürdigkeit und Mitgefühl zu führen. In puncto Zeitaufwand ein verdammt gutes Geschäft. Tipp, wenn Sie verreisen. Hin und wieder werden Sie feststellen, man kann praktisch unmöglich gewährleisten, dass immer alle vier Elemente der Beständigkeit vorhanden sind. Zum Beispiel werden Sie auf Reisen schwerlich ein gleichbleibendes Umfeld für die Meditation vorfinden. In solch einer Situation empfehle ich stets, eines der Elemente, das Ihnen in der heimischen Meditationsecke als wichtiger Bezugspunkt dient, mit auf Reisen zu nehmen. Die Praxis im Alltag verankern Je besser Sie es schaffen, Ihrer Praxis regelmäßig nachzugehen, umso mehr wird sie zu einem natürlichen Bestandteil Ihres Lebens und dessen, was Sie zu dem Menschen macht, der Sie sind. Ich empfehle Ihnen, zur Unterstützung Ihrer Meditationspraxis für ein gleichbleibendes Umfeld zu sorgen, sich zu einer festen Tageszeit, die sich als geeignet erwiesen hat, zu meditieren hinzusetzen, dies für eine bestimmte Zeitspanne zu tun, die Sie nach eigener Einschätzung gut bewältigen können, und in der Anfangszeit Ihrer Meditationspraxis zu einem eigenen Rhythmus zu finden, in dem Sie mit großer Regelmäßigkeit meditieren. Wenn Sie alle vier Dinge in die Tat umsetzen können, sind Sie dem Ziel, diese transformierend wirkende Praxis fest in Ihrem Alltag zu verankern, bereits einen großen Schritt näher gekommen. Das ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020